Die Latino-Gemeinde zusammen zu trommeln, weil wir denken, es ist gut, dass die Latino-Gemeinde sich organisiert, dass wir von unseren Problemen miteinander sprechen, dass wir uns kennenlernen, dass wir vielleicht Ziele als Gemeinde, als Gemeinschaft setzen. Und dafür haben wir gedacht, machen wir ein bisschen Fußball, ein bisschen Essen, ein bisschen Musik. Vielen Dank. Wir haben ein Programm für die Freunden, um die Sprecher zu können, dass sie sich in den nächsten Bereichen haben, und so können sie in anderen Bereichen, die Informationen und die Unterkaufung haben. Also, die Kinder und Kinder werden, wenn die inaugurte, bis jetzt 5 Uhr, bis jetzt die Zeit, ein Programm diverses Aktivitäten. Wir haben viele Pienfunk. Wir haben einen geführten Besuch durch die verschiedenen Tische, Inbottische und ich glaube, durch das ganze Gelände. Emperatrice und Damaris, die werden eure Führerinnen sein. Am Ende dieser Führung, dieser Tour, kommen wir an den Bau der Versuchungen. Und es geht darum, unter anderem, zu schreiben, so kleine Kartallkarten, was ihr uns wünscht, so als Latino Gemeinde. Und die natürlich weitere, veranschaltende, weitere colective Projekte organisieren. Motivarnos a participar in un Proceso de construcción conjunta, de un espacio organizativo de nuestra propia ente, como Grupo Latino, Grupo de Migrantes. Der Organizator von dem Fußball-Tornier ist schon ein bisschen nervös. Sie sind gelabert, die mal zu Ende, die auch in Fußballspielen. in der Fußball-Tornier ist schon ein bisschen nervös. Und wir werden, die con participación Mit diesen Wandervögel, die ihr dann später schon bemalen werdet, wollen wir die aufhängen, an den Bäumen, an den verschiedenen Plätzen. Ich gebe euch nur ein paar wichtige Informationen. Unsere Bar ist da. Es gibt das übliche Bier, Wein, Cola, Sprite, Fanta, Säfte usw. Das war's für heute.